Ich kann übrigens gut T-Bank, guck. Ich glaube doch eher Martin. Was? Guck mal wie ich denn ich T-Bank kann hier. Guck mal, guck mal, wie gut ich hier das kann. Guck mal hier, guck mal hier. Nee, 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 du gehst ja gar nicht mehr richtig hoch. Ich kann mich auch einfach hinsetzen. Ich geh richtig tief runter. Guck mal wie tief ich runter gehen kann. Martin ist älter, Martin ist älter. Der hat mehr Erfahrung. Zack, McFly. Hollywood. Hollywood 2. Du hier, nicht in Hollywood? So, Hollywood 2 bedeutet, verringert den dir selbst und deinen Teammitgliedern zugeführten Schaden durch Sprengstoff und Feuer um 50 Prozent. Also jetzt kann ich so viel Molotow Cocktails abgeschwerfen. Nein, Simbo. Ganz einfach nein. Nein, nein, nein. Ich wusste, dass du diesen Schluss daraus gehst. Alter, auf Normal zieht das eh schon so nix ab. Ja, das stimmt eigentlich echt. Auf Normal ist das scheißegal. So, und ich hab über 1000. Das heißt, ich bin jetzt immer silent. Meine Schrotflinte hat einen übelst krassen Schalldämpfer. Und die gehört mir. Ich hab ein Trophäe bekommen, dass die mir gehört. Was hab ich gesagt? Wir müssen am Schiff kämpfen. Wuhu. Kam nix. Ich bin auf dem geilen Schiff da hinten. Hier seid ich hier auf dem Dreck. Du bist da unten, aber du hast nen Kopf. Ich fand's geiler als du ein Kopfloser warst. Boah, guck dir jetzt meine Schrotflinsel an. Alter Schwede. Mal gucken, wie leise die ist. Boah, voll leise. Ich hab nix gehört. Ich hab echt nix gehört. Ich hab nur das Nachladen gehört. Was ist passiert? Kann man die abballern? Ah, schade. Jetzt haben wir übelst viele Zivilisten oder was? Oberes Deck aussuchen. Geil gemacht. Krass, der ist... Der ist hinüber. Zum Glück sind so Schiffe immer aus richtig stabilen Wänden gebaut, durch die man nicht durchschießen kann. Das ist also kein Kollateralschaden, ihr könnt ballern so viele Volt. Ja. Das ist wirklich schön gemacht. Achso, hier sind jetzt auch Soldaten hier. Frag mich, ob ich hier in so ner Kabine Sprengstoffe finde. Hm. Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen ist das so. Ja. Ich würd mal gucken. Ihr seid nicht so lootig unterwegs, oder? Ihr seid schon vor. Ja, ich pass auf das Gabor. Der stirbt. Hier ist ein Verbandskasten. Ihr seid ja auf deiner Seite. Oh, das ist schon schick, das Schiff. Panzerfaust? Oh, ne Panzerfaust. Ja. Ah. Liebes damit auf so nen Bullen zu ballern, das macht nicht Bock. Ich hab den Aufzug gerufen. Hier sind Sack irgendwo. Der klettert hier hoch. Ah, da ist er. Lassst du den? Aufbauen. Boah, er ist hier drinnen abgegangen. Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Ah. Ey, Gabor, wen würdest du denn schon eher? Drücken. Guck dir mal 5 an. Warte, stellt euch mal nebeneinander. Ich kann irgendwie mit gut teabanken, guck. Ah, ich glaube doch eher Martin. Was? Guck mal, wie schnell ich teabank kann hier. Guck mal, guck mal, wie gut ich hier das kann. Ey, guck mal hier, guck mal hier. Ne, 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 du gehst ja gar nicht mehr richtig hoch. Ich kann mich auch einfach hinsetzen. Ich geh richtig tief runter. Guck mal, wie tief ich runter gehen kann. Martin, Martin ist älter. Martin ist älter. Der, der hat mehr Erfahrung. Der, der hat mehr drauf, weißt du. Ich hab, also wenn du dir den anguckst, der kann auf jeden Fall so Pantra scheiß. Ja, ganz genau sowas. Ich hab dir den Arsch weggeballert schonmal. Und du weißt, was dir bevorsteht. Hier ist auch ne Kiste. Sturmschrotflinte. Ach ne, jetzt hab ich ja beide krass genabelt. Die ist natürlich stärker. Und leise. Ey, warte mal, guck mal, Leute. Ich werde jetzt hier mal schön ne Granate in die zumindest reinbannen. Das bringt nix. Doch. Nein. Ja, ich konnte nicht verschwenden. Das wär egal. Okay. Dann sei dir das gegönnt. Nein, hier hätten wir eine Sprengladung ansetzen können. Hier ist ein Sturmgewehr. Also ein schweres Maschinengewehr. Bei mir. Ich hab ihn lieber die Panzer rausgenommen. Ich hab jetzt schon wieder zweimal aufsperren. War auch nix, nix gefunden. Kommt ihr euch aufbauen? Aufbauen! Ja. Stop messing around. Let's go! Uh, ich hab sonst alles. Hier kann man was aufbauen. Das ist ne Kettensäge, falls jemand haben will. Ne, noch nicht. Okay, ich schlaf dahin. Das ist nie die Beziele. Ich mach die Tore zu. Auf jeden Fall. Ah, ein Spucker. Au, ihr Süße! Der kommt wieder leer! Die Wann um mich rum! Ich bin grad mit der Schrotflinte dran. Achso. auf die Schrotflinte dran. Just one get closed. Schau für eine andere Anlage! Alle im besten. Je**** Spucker! ich hab hier ein hochspannes Griff ausgebaut bull bull bei martin scheiße hat mich und prima ab in 1 Zweites Tor schließen. Ich drück den Knopf. Alter, haben wir hier eine Munitionskiste? Ich bin nämlich schon näher. Ja, guck mal auf der Minimap. Das Patronen-Symbol. Ich hab das aber leider nicht. Hä? Echt nicht? Also bei mir ist das auf jeden Fall eine Nähe. Okay. Oder ich bin zu weit weg. Am Eingang, Martin. Am Eingang. Okay. In dem Raum, in dem Raum, in dem Raum. Ah, ich sterbe! Ich bin leider gestorben. Willst du mich retten? Vorsicht, hier ist ein Spucker. Ich bin gerade bei dir hier. Ich komme nicht durch die Chummies durch. Nein, ich fand ein Dicker. Oh nein. Mich hat so ein Dicker. Fuuuuck. Ich hab nix mehr. Ich auch nicht, ich hab noch drei Schuss. Ich find immer noch nicht diesen Scheiß... Hierher, wo wir hergekommen sind. Ich hab da reingeschaut. Ja, aber wo ist das denn? Sieht alles wieder. Wo ich tot bin. Da, wo die Tür offen ist. Da, wo ich liege. Das ist das Beste. Ah. Ja. Ah, das musst du doch auf der Minimap gesehen haben eigentlich. Das ist ein Fehler sonst. Letzt wird mir das erst angezeigt. Ja, das ist ein Fehler dann. Oder du machst die Augen nicht richtig auf. Gut. Ja, ich brauche sie auch. Ich sag dir nicht Bescheid. Dann sag ich dir auch nicht Bescheid. Ja, bei der zweiten Packung, ne? Bitte. Pito. Okay. Okay. Hat irgendwer eine Sprengladung gefunden? Ne, bisher gar nicht. Jetzt hat's... Creeper ist gerade wirklich vor mir gespawnt. Ich hab gesehen, wie der erschienen ist. Oh, Bull. Ja, super. Oh, sind das viele auf einmal hinter uns. Ich hole Gaber. Okay. Wir müssen einfach nur hier rein. Ich hole dir einen Aufzug schon mal. Wir müssen gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, mach das ruhig. Okay, wir können den Aufzug. Ey, Simbo, ich hab Granaten gefunden. Zwei Packungen? Aber aufgehoben. Ne, meine. Wer weiß das, meine Molotow-Cocktails uns viel mehr helfen. Bleib kass. Beste Leder. Wir gehen ins Atrium. Das, das, das bezweifle ich. Ne. Jedes Mal, wenn wir sterben, liegt's daran, dass wir keine Molotow-Cocktails mehr haben. Ich könnte jetzt nämlich schön hier auf die Treppen das Feuer werfen und dann könnte hier keiner hochkommen. Und dann werden wir schön safe. Wenn du deine Granate da hinwerfst, dann werden die alle aufmerksam und wir sterben. Nur mal so als kleine Anmerkung. Wenn du dich fertig bist. Hektiges Schiff erreichen. Mhm. Zeig mir hier irgendwie was an, aber müssen wir runter, müssen wir hoch. Schon wieder in den Raum zu sprengen, das kann doch nie wahr sein. Hier sind Granaten. Geh nicht Ruhe. Ein viel besser als nichts. Habt ihr auch den Schrei gehört? Ja, aber ich weiß nicht wo sie ist. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass das nicht irgendwie bei mir hier ist. Gerade stirbt die Nachbarin. Ich hab nichts mitbekommen, ich hab so ein Zombiespiel gezockt. Wahrscheinlich warst du es dann, ne? Die machen ja einfach... Ja, Videospiele, ne? Oh! Der hat ein Videospiel gezockt. Alter, wie viele Stinker sollen hier kommen? Streamer, kommen wir nicht ran. Alter! Hier ist irgendwo ein Screamer. Ja, ja, der ist da hinten, aber hinter so einer Hauswart noch. Hier, wo ich hinschieße. Da steht der. Aber wir treffen den von hier nicht. Einer muss runter, ich geh runter. Ich hol mir den Screamer. Ja, mach den mal. Mach den mal. Das ist ja nicht mehr so mutig hier. Noch ein Screamer! Da ist ja wohl der Schätz. Da ist ja wohl der Schätz. Oh! Sterben und beide tot. Beide tot. Ja, Gabo hat nichts gesagt. Guck, wie geil mein Feuer ist. Kann ich euch in Ruhe heilen. Geil. Geil. Wir brauchen lobenbedingten. Und eigentlich brauchen wir alles. Warte. Die Funktion ist hier unten bestimmt. Hier sind auf jeden Fall schon mal Granaten. Ich nehme mir alle drei Pakete. Wir sind Heil, Dinger. Ich heil alle. Ist für jeden einen. Ja, oder dann heile nur nacheinander, ja. Ich habe keinen Weg. 스cher tut mir. Oder dann heißt es ja. Ich habe einen Siegel. war ein, ich habe einen Siegel. Ich habe einen Siegel. Er ist ein Siegel. Das ist ein Siegel. Was ist einer Siegel. Da kommt irgendwas von hinten, was krasses? Ja. Hier liegen noch, Granaten. Granaten hab ich noch. Ja, dann mach ich. Okay, so. Wo kommst du denn her auf einmal? Der saß. Der saß da, doch doch. Hier hinten sind noch Sachen, glaub ich. Ja. Zum Sprengen. Also nicht. Nee. Wir haben ja keine Sprengladung. Oh Gott, was passiert? Ja, hallo. Ich glaub, was ist passiert? Ja, hallo. Oh, sie kommen hier aus dem Raum. Ich glaub, wir sollten laufen, statt jeden Raum zu clearn. Ich glaub, die Aufgabe ist eher zu rushen hier, oder? Das glaub ich auch. Dann mach ich das. Ja, komm nach hier hinten. Ich komme. Wir kommen auch gerade. Hey. Wir werden allein stehen, um den Rest zu bringen. Wir holen die restlichen Gefängnissen ab. Wir holen die restlichen Gefängnissen ab. Und sammeln irgendwelche Equipment, die Sie finden können. Ja, Herr. Reloading! Müssen wir wieder aufbauen, ne? Das ist ein Dicker. Hochspannungsnetz. Ich mein, die können jetzt doch gar nicht von so viel Richtung kommen, oder? Diegekot und Immobilien aufgerätigt. Sicher, ich habe ein Vielleicht ganz, ganz hinten. Was meinst du mit ganz, ganz hinten? Ja, hier, wo ich jetzt stehe. Ich weiß nicht, ob du hier hinstellen kannst. Nee, ich kann hier hinstellen. Ja. Bei mir ist noch ein Medikit. Ja. Dann nimm du das Symbol. Danke. Ja, voll viel zum Aufsprengen. Wir haben schon... So viele Sprengladungen. So viele Sprengladungen. So viele Sprengladungen habe ich schon übersehen. Jewel of the Pacific. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Wir können auf jeden Fall hier in Ruhe grad looten. Also ich wette, die kommen auch hier hinten hoch. Die sind überall am Rand, diese Glasmarie... Glaszäune, sag ich mal, weg. Ich wette, da springen die alle hoch. Wir haben keine fucking Sprengladung gefunden. Das ist total komisch. Hier ist auch noch mal ein Medikit. Ja, wo? Ja, nimm du doch zum Wo. Ach so, ja, stimmt. Hast du nicht grad eben schon... Hast du nicht grad eben schon eins gefunden, Thomas? Ja, das erste Kit gab er immer von mir. Ach so, ja, der hat das schon bekommen. Ja, hier sind noch mal Granaten. Ich hab euch doch gerade bei der Folge halt. Ja, zweimal Munition haben wir hier. Wir sollten aber, glaube ich, echt irgendwie versuchen, zusammen zu bleiben. Ja. Dass wir uns wirklich gegenseitig auch helfen können. Die Frage, wo wir uns dann hinstellen. Eigentlich da in die Mitte, oder? Ich freu euch eigentlich um eine schwere Waffe. Liegt hier irgendwo einer? Ich hab nur noch 18... 18 mal Schnetzel. Ich hab eigentlich... Ja, ich hab auch... Ah, ich hab ne Sprengladung. Du hast ne Sprengladung? Ja, nice. Ich hab eine gefunden, grad. Äh, wo kann ich... Bei mir ist zum Beispiel ein Container? Wo bist du? Ah. Ja. Ja, hier, hier, hier bei mir. Wo machst du den? Blöde die Tür! Ja, leg mal auf. Ich hab gegangen, gerade. So. Ich wünsch mir was von Avicii. Alles klar. Schwule Musik läuft. Das klingt wirklich wie in der... Wie heißt der? Avicii. Alter. Da oben links. Ah, ich versuch den Screamer zu kriegen. Die kommen auch von hinten. Okay, den Screamer. Ich hab den Screamer geholt. Ich versuch die von hinten zu kommen, abzumachen. Ach Gott. Ich mach hier rechts, die. Am Zaun. Okay, der ist gut. Ich versuch jetzt die zu machen, die hier hochzukommen. Oh nein, mich hat ein Creeper. Ah, scheiße, du bist... Warte, ich guck mal auf die Zoll. Du bist da oben. Geist. Er ist tot. Ich hab den Creeper. Ah, ein Stinker. Können wir nicht einigermaßen? Ich geh da weg, ich mach den fertig. Hä? Da sind wir doch die ganze Zeit. Enten links kommen wir wieder. Ich muss kurz Muni holen. Ja, da wurde so ein Punkt geschüttelt. Ah, hinzu. Hä? Da kommt ein Dicker hoch. Muss jemand die Munitionskiste? Bei mir wird das wieder nicht richtig angezeigt. Die sind zwei. Direkt in der Mitte. Unten. Genau in der Mitte unten ist auf jeden Fall was. Wo Gaber steht im Prinzip. Die Etage weiter runter. Da steht direkt eine Munitionskiste. Ah, direkt davor? Ja, genau. Ah, hier, okay. Wo sind die Automatikgeschütze? Das eine ist leer. Stimmt, wir müssen die echt auffüllen, ne? Hä? Ah, okay. Da, links auf der Seite. Sind da noch Granaten? Dann kann ich kurz aufladen. Ich geh mal ne Granate da reinballern. In der Mitte kommen voll viele. Viele kommen aus... Viele kommen durch die Mitte, ne? Über den Thorn da. Ich versuch die da hinter dir kaputt zu machen. Da kommen wir nicht mehr zu hoch. Gabor, warum sagst du denn nix? Ich versuch die da. Ich mach hier das linke Beziehungsweise von dir auf rechts Müsst ihr fast geschafft sein Ja, ja, das ist das Oh, nee, 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 jetzt kommt hier links immer eine fette Bälle Ich versuch den Screamer zu kriegen Screamer, Screamer ist glaube ich da Alter, hier ist ja noch voll viel zum aufbauen Also wirklich richtig viel war da noch Warum haben wir den Raum nie gefunden? Echt? Ja Noch ein Geschütz Noch mal ein Elektrozaun Und noch mal so ne Kiste war da glaube ich Boah Alter, wo kommt die denn her? Ey, Gabo, langsam könnte ich mal Heilung gebrauchen Ah, geil Wir können das schaffen, wir können das schaffen hat er gesagt Oh, ist weg Oh, ist weg Spucker Hier oben Graber Creeper Creeper Das ist... Das war's Ja Alter, ist oder easy? Chillig Chillig Geil, ey Geil, ey Wir brauchen Leute wie du, wenn wir da kommen Und wenn wir zurückkommen Jetzt werde ich erstmal schön Gabo bunten Schön geschafft Gabo hat's komplett falsch vorhergesagt Das Schiff ist nicht explodiert Naja, nicht komplett Nicht komplett Der wichtigste Punkt hat gefehlt Die Explosion am Ende Wir sind durch, oder? Ja, ich glaube schon Jetzt können wir richtig anfangen Jetzt können wir richtig anfangen